In diesem Video gucken wir uns die drei besten Heißluftfritteusen an. Alle Fritteusen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welche Heißluftfritteuse die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video! Philips HD 9652-90 Air Fryer XXL Diese Heißluftfritteuse hat eine Kapazität von 1400 Gramm und eignet sich demzufolge für die Bewirtung von 4 bis 5 Personen. Sogar ein ganzes Hähnchen findet in der Fritteuse Platz. Der einfach zu reinigende Quick & Clean Korb ist mit einem antihaftbeschichteten Netz ausgestattet. Die Bedienung der Heißluftfritteuse erfolgt über ein digitales Display. Für eine unkomplizierte Lebensmittelzubereitung ist dieses Modell mit automatischen Programmen zum Frittieren, Backen, Grillen und Braten sowie einer Warmhaltefunktion ausgestattet und wird so fast schon zum Multicooker. Die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht es, Garzeiten von bis zu 60 Minuten einzustellen. Ein akustisches Signal informiert darüber, wann die gewünschte Temperatur erreicht ist, sodass mit dem Zubereiten begonnen werden kann. Ein weiterer Ton signalisiert, wann die Lebensmittelzubereitung abgeschlossen ist. Die Leistung beläuft sich auf 2225 Watt und die Temperatur lässt sich im Bereich von 40 Grad bis 200 Grad Celsius auswählen. Die Philips ist komplett in Schwarz mit abgerundeten Kanten und einen grauen Griff designt. Cosori CP137 AF Dieses Modell arbeitet mit einer Leistung von 1500 Watt und bietet ein Fassungsvermögen von 3,5 Litern, ausreichend für eine 2- bis 3-köpfige Familie. Sie erhitzt Lebensmittel auf eine Temperatur von 75 Grad bis 205 Grad Celsius, wodurch diese schonend gegart werden. Dank 11 automatischer Programme können sich auch Unerfahrene direkt ins Frittiervergnügen stürzen und frittierte Gerichte mit gutem Geschmack herstellen. Des Weiteren überzeugt das große One-Touch-LED-Display. Ein weiteres Highlight stellt die Vorwärmfunktion dar. Damit gibst du die Fritteuse 2-5 Minuten Zeit, um auf Temperatur zu kommen. Das sorgt für eine sichtbare, bessere Textur der zubereiteten Speisen. Neben der technischen Ausstattung ist das hochwertige Design erwähnenswert. Philips HD 926090 Wer sich für diese Heißluftfritteuse entscheidet, erhält Zugriff auf die NutriU App, die hilfreiche Tipps rund um den Airfryer sowie über 800 Rezepte beinhaltet. Die Philips lässt sich über ein LCD-Bedienfeld steuern. Ausgestattet mit einer Timer-Funktion lässt sich die Garzeit auf bis zu 60 Minuten festlegen. Dank Warmhaltefunktion kann das Frittiergut auch zu einem späteren Zeitpunkt verzerrt werden. Sie hat eine Leistung von 1900 Watt und eine Temperaturauswahl zwischen 60 und 200 Grad Celsius. Diese Fritteuse hat eine glänzend schwarze Oberfläche und eine rundliche Formgebung. Der herausziehbare Frittierkorb ist aus einem Anti-Haftmaterial gefertigt, das sich einfach reinigen lässt. Philips nennt dieses Feature Quick Clean. Zusätzlich sind alle abnehmbaren Teile Spülmaschinen geeignet. Der Garkorb bietet ein Fassungsvermögen von 7 Nitern. Darin lassen sich beispielsweise 1,2 Kilogramm Pommes in einem Durchgang zubereiten.